ja leute herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von need for speed wir werden heute mal wieder ein neues auto wählen und was nehme ich dann nach schöner liegt wird man ja noch mal was exotischeres nehmen hatten wir schon hatten wir schon hatten wir schon den hat man auch schon den könnte man mal nehmen den diablos ein bisschen älter den hatten wir schon den hatten wir auch schon noch ein porsche ganz kurz mal geguckt eine weiber ich nehme den amg frosch im hals sehr gut mercedes amg gt so wagen auswählen und gleich mal eine rennen damit absolvieren ein leichtes rennen um zu gucken wie der sich standardbereich bewegen lässt so ich hoffe mein frosch wird sich gleich mal verabschieden doch 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 machen wir mal ein sound check schöne tag hat er eigentlich auch ich muss hier so jetzt checken wir mal wieder sich anhört naja noch nicht so doll wir sind ganz schön flach nicht tief sondern flach wie eine flunder sagt so da ist das rennen das sollte man eigentlich problemlos schaffen also ich kann mir nicht vorstellen dass es hier großartig probleme gibt und dann schauen wir mal wie dann den so tunen kann also ich gehe mal davon aus dass man nicht so viel machen kann an dem mercedes aber schauen wir einfach mal so den dritten platz haben wir schon haben wir jemanden im windschatten also schnell ist der ja noch nicht weil ich jetzt echt ein bisschen mehr erwartet also so realistisch ist das hier nicht ich glaube im real life würde der wesentlich besser gehen ich bin ja schon sehr sehr viele autos hier gefahren bis jetzt hat mir aber am meisten der golf 1 gefallen der hat einfach am meisten style gehabt und auf platz 2 würde ich eigentlich gleich den volvo nehmen der war auch extrem cool der hat mir auch sehr sehr gut gefallen von denen habe ich auch ganz schön viele videos gedreht 20 oder 25 irgendwie so das waren noch meine anfänge bei micro speed so ich sollte das eigentlich trotzdem schaffen hier in drei checkpoints noch und dann da kommt der wolf so leistungsmäßig wo ich den eigentlich gleich komplett aufzunehmen brauchen wir hier kein kickhack den machen wir gleich gleich schnell so so überspringen und dann in die garage mit dir digga digga zur garage springen so jetzt weiß ich gar nicht was dem mercedes für eine farbe geben werde erst mal leistung sagt kühlsystem hier auch volle leistung hier kraftstoffsystem auch voll auf ladung und zum schluss wo ihr seht so viel können wir hier gar nicht rausholen zumindest nicht von der ps zahl sagt sache wir jetzt haben wir schon 700 ps wird wahrscheinlich auch an die 1060 ps haben das haben die dann meistens oder 1090 oder so jetzt habe ich den action nitro genommen aber ist egal so aufladung so was haben wir denn die schöne 2,43 2,4 2,4 2,2 der kompressor der hat dann aber 9,47 den kompressor ja passt natürlich auch besser zu mercedes also ich muss noch mal ganz kurz gucken aber ich glaube da da ist nix der schon in ordnung so dann wenn wir uns mal das optische tuning vornehmen erst mal die scheiben dunkel der hat ja nicht mal ein bodykit alter der hat ja nicht mal ein bodykit der hat gar nichts glaube ich war stoßstange vorne hat da was ok sieht ein bisschen besser aus auf jeden fall gut fahrzeug lage tief breit und negativ ja man das sieht cool aus so spoiler lippe hat da auch was die gehen alle gar nicht da finde ich eigentlich naja die passt schon eigentlich die passt so frontbleche sieht nicht eigentlich braucht man die nicht beide schon passt nehmen wir mal scheinwerfer dann gar keine kotflügel auch nicht seitenspeller gibt es aber nur die sind ein bisschen besser aus die passen viel besser zum auto viel besser außenspiegel hat da bestimmt auch keiner gut keine heckleuchten auspuff gut das finde ich jetzt quatsch stehen zu ändern da ist der eigentlich schon besser die gar ist das was soll das ne man alter das passt zu dem ja nicht das will ich nicht ganz wichtig zack 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 so heckstoßstange hat dann nicht fahre eigentlich kofferraum hat da auch keiner und spoiler hat immer die gleichen dann finde ich aber dass der am besten passt eigentlich voll schade dass es immer das gleiche ist die gleichen teile so die würde ich auf jeden fall erst mal lassen die felden sag mal hier passt aber auch irgendwann nicht warte mal die fahrzeuglage jetzt mal kurz gucken ein bisschen höher machen so sieht es noch besser aus kann ich den ganz genau anpassen ich glaube so ist ja so können wir den lassen so und dann gucken wir uns mal bei den farben und folien um also ich würde ja sagen dass du so ein das passt mit dem mit dem freund mit der freund nicht so weil ich wollte gerade sagen eigentlich passt ja so ein silber immer ganz gut zusammen wenn das passt ja ich muss dann noch mal ändern weil die fälte überhaupt nicht die müssen ab gegenstand entfernt genau so das sieht viel besser aus so wie jetzt farbe jetzt passt auch den silber ganz gut ja und dann so matt wurde sie schon jetzt gut aus gucken ob war vielleicht hier noch irgendwann dran das ist eigentlich hässlich ich weiß nicht das passt denn jetzt zu sind ja Nee, mach den weg. Mach den weg. Ähm, ich würde den eigentlich gerne... Warte mal. Hm, 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 hm. Ich bräuchte mal... ...das. Und dann mache ich den einfach mal... ...ich überlege, ob ich den so ein bisschen zweifarbig mache. Zack. Da könnte ich natürlich... Mal gucken, jetzt bringe ich mir mal die... ...farben angucken. Farbe, 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 Farbe. Was passt denn da noch gut? Hängt jetzt vielleicht in... ...magma... Nee, mit dem weißen Scheiß aus. Ja, das kommt geil. Ja, und das machen wir mal. Vorne... ...kommt der Buch ran. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Aber die muss... ...matt. Ja. Zack. Ja. Hier hoch. Ich glaube, das kommt ganz geil dann. Wenn ich ja eh der hier immer die... ...farbe einstellt... ...zack. Ja, und hinten hoch noch. Sehr schön. So, ich finde es passt eigentlich ganz gut. Hm. Wobei ich da sowieso eigentlich vielleicht doch ein bisschen was anderes machen würde. Ich würde den vielleicht doch... ...auch in der Farbe... ...aber dann... ...und... 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 ...und...